Und ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu unseren Sunkenland. Ja, ich hab euch einfach mal ein bisschen hängen lassen in der letzten Folge, ne? Hab ich mir gedacht, komm, machen wir mal einen Cliffhanger. So einen kleinen. Und wir forschen jetzt. Bam. Tada! So. Was haben wir denn hier so schönes? Eine Stehlampen, einen kleinen Generator, da ist es ja. Recycler, in German we call it Schnitzel, wahrscheinlich, ne? Tischlampe, okay, okay, okay. Dann kommen wir auf die andere Seite. Wir haben eine Batterie, wir haben den Scheinwerfer. Eine Stirnlampe, ne? Waffenteile kann ich dann bauen, okay, okay, okay. Geil, geil, geil. Schrottpistole, selbstgemachter, okay. Also, das ist schon ziemlich interessant. Die Eisenrüstung interessiert mich auf jeden Fall. Mit Stoff. Und Eisen halt. Und das ist kein Problem, das forschen wir jetzt einfach mal hier. Bum, bum. Da unten die Waffenteile forsche ich auch gleich. Bum. Wir müssen ein bisschen durchkloppen hier, ne? Das brauche ich jetzt alles noch. Also, die... Die Dinge, das möchte ich gerne nicht benutzen, weil die brauche ich hierfür. Ich möchte jetzt erstmal dieses Elektroteil bauen. Beziehungsweise, ich brauche nochmal wieder neue Komponenten. Für... Unser schönes... Na kurz Holz nachlegen, bitte. Für unser schönes... Heißt es denn, verdammt? Aber nix. Nenn dieses Stromgerät hier, das erste Ding. Mensch, da. Akkugerät, so. Oh, ich kann jetzt ein Sägewerk. Okay, geil. Ich kann jetzt aber ein Sägewerk. Ist eben gelernt. Habe ich das geforscht? Ich weiß es nicht. Habe ich das geforscht hier? Nee. Könnte ich mir noch nicht vorstellen. Ja, das Motorboot habe ich ja Gott sei Dank direkt am Anfang bekommen, ne? Jetzt hätte ich ja hier die Krise gekriegt. Weil, ein Segelboot, ne? Für vier Mann oder ein Paddelboot. Ja, leck mich am Arsch. Wie ein Motorboot. So, Ambrus gibt es noch nichts Neues. Hier wollen wir uns dann erstmal den Tank bauen. Dafür brauche ich aber wieder was. Und was machen wir jetzt mit dem Metal? Also dem. Der ist ja auch Metall. Ist ja richtig. Nichts gesagt. Alles gut. Was machen wir jetzt damit? Ich müsste ja eigentlich ein bisschen meine Bude noch erweitern, ne? Wir sind ziemlich klein. Was das so alles angeht. Da würde ich jetzt einfach versuchen... Erstmal den Boden... Ach, Quatsch. Gehen wir denn hier müssen wir hin? Erstmal das Fundament zu erweitern, ne? Ich weiß nicht, ob in die Richtung so gut ist. Wegen der Insel. Ich baue einfach erstmal hier... ...noch ein bisschen was dran. So. Aber das Inventar auf jeden Fall ist mal wieder leer. Ja, kein Problem. Beziehungsweise... Wir haben ja noch ein bisschen... Was zumindest so an Holz angeht, ne? Also Holz ist ja immer recht wichtig noch. Und weil wir schon sehr viel haben. Die Verkaufssachen kommen direkt hier rein. Ich mache hier mal kurz ein bisschen happy happy. Was habe ich gerade bekommen? Eine gegrillte Kartoffel oder was? Ne, die Pilze. Sehr gut, aber die sollte ich eher... Dingsen. Mit irgendwas zusammenpacken. Ich weiß nicht mehr, was es war. Dass ich mich damit... War das Heilung? Ja, ne. Ausdauer. So, hier kann ich. Heute Medizin. Drei Algen. Geil. Klinken haben wir genug. Ja, das ist ein Witz. Muss ich irgendwo loswerden? Das tausche ich gerne aus so. Muss ich irgendwo loswerden. Und dann... ...muss ich das Essen auch loswerden. Beziehungsweise muss ich kurz gucken. Ich brauche neue Pfeile. Dafür brauche ich Schrott. Perfekt. Also, hier... Bum, bum, bum. Bum, bum. Geil. Oder haben wir erstmal genug Ambusbolzen? Wäre kein Problem. Jetzt haben wir eine Kartoffel. Die können wir auch noch kurz fressen. Ich muss irgendwas mit dieser Kohle machen. Ich muss irgendwas mit dieser Kohle anfangen. Hier. Wäfeln müssen wir. Ja. Definitiv. Also machen wir das gleich. Gehen wieder auf eine kleine Erkundung. Wir haben jetzt ja hier eigentlich alles entdeckt, ne? Wenn ihr jetzt so sieht. Das, das, das. Hier fehlt die Schule. Hier fehlt irgendwas. Ist nicht so wild. Das heißt, wir fahren jetzt... ...wie der Gegner klippeln. Bin ich dafür. Nur kurz warten, bis das fertig ist. Bis das gar ist, ne? Mal schneller hier, hopp. Das ist dicke Fleisch. Dankeschön. Ballern. So, Tür zu. Und wir fahren weiter. Lieber fahren wir... ...noch da? Waren wir da nicht schon? Ne, da waren wir noch nicht, ne? Ne, da waren wir noch nicht. Hier ist die Polizeistation unter uns. Mit den ganz vielen Haien. Deswegen war ich da nicht. Muss ich mir irgendwas unter Wasser... ...neue Rüstung und so. So, aber wie man hier sieht. Da sieht man die Leute schon. Da oben. Wer sind die denn hier? Das ist die Schreckensburg. Die scheinen Waffen zu haben. Also richtige Waffen. Der da hat einen Speer. Der irgendwo rumschwebt. Können wir mal gucken, ne? Der Tag ist noch jung. Vielleicht muss man es mal rein. In die Schreckensburg. Er hat Glutklauen. Er hat hingehen. Elektronische Teile. Wie kriege ich... Oh, da muss ich nochmal die eine... Sie sind sauer. Da stehe ich gar nicht rum. Ich klaue doch nur ihre Sachen. Ich habe noch keine Waffe. Ne, ich kann doch noch keine bauen. Also, doch. Aber ich habe keine Teile. Das geht ja nicht. So viel Partner hat gespielt. Ich habe gerade die, die sagen, eh, aber ist okay. Okay, der ist leer. Dann rennen wir einmal außen rum. Muss ja irgendwo einen Eingang geben. Noch so ein Strom-Ding. Jetzt geil. Boah. Helm drückt wieder ein Tanktop. Schleichen hier uns durchs Wasser. Jetzt ist es ausgeschlichen. Okay, also hier würde dann der Eingang sein, ja? Okay, okay. Müsste ich hacken. Das mache ich jetzt nicht. Ein bisschen laut, glaube ich. Das nehme ich aber. Ja, es muss genauso laut sein, ne? Vielleicht erwische ich hier einen. So, von, weiß ich nicht wo. Guckt hier irgendwo was durch. Und den hässlichen Füßen oder so. Da müssen wir jetzt auch passen hier. Schleichen. Ich habe das Gefühl, irgendwer mag uns da nicht. Vielleicht drüber geschossen und verkackt. Der müsste tot sein. Denn da oben sehe ich nicht mal. Der hat sich auch eine gefangen. Oh, oh. Der kann sich ein bisschen bewegen. Einer tot. Wenn der anfängt zu ballern, muss ich eigentlich sofort in Deckung gehen. Weißt du. Ne? Man sieht es. Er trifft nicht gerade. Schlecht. Ich sehe ihn leider auch nur ein bisschen. Äh. Da steht auch einer. Der war ja. Ein Schuss fehlt noch. Oh, der hat ein paar mehr Schüsse drauf. Da kommen sie. Ein kleiner Sack. Rot. Wichtig. Richtig und wichtig. Es wird aber nicht nur einer sein. Uäh. Denke ich doch mal, oder? Da hinten wibbelt noch einer. Heilige Scheiße. Wie backt denn der da jetzt wieder rum? Aha. Ich habe auch nichts zum Heilen dabei, ne? Hier, friss. Muss ein bisschen Heilung kriegen. Der steht halt da oben drauf. Der hat sich schon... Oh, der ist halt erwischt. Schöne Sache. Da sind wir drin. Erstmal durchsuchen. Vielleicht gibt es das zu essen, halt, ne? Da sieht man ja schon. Zack. Mit Essen, Heilung. Essen ist gleich Heilung. Aber es lebt noch was. Da. Einfach ins Bein. Einfach ins Bein. Und er geht's nicht durch. In die Eichel. Nochmal. Nochmal. Jetzt wenn er... Ist er ohne gefällt? Mal sehen. Da ist er hin. Ist über mich rübergegangen. Hä? Wo kommt die Wand her? Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich gar nicht. Nö. Tschüss. Lass mich durchsuchen. Ich bin tatsächlich ein bisschen... Ich bin viel gesucht schon. Das war kein Headshot. So war ein Headshot. Was sag ich? Lass uns mal ruhig hier. Ich will nicht sagen, aber hier ist ordentlich Loot. Zwei Schüsse in den Kopf halten sie aus mit dem Helm. Oh, der ging daneben. Ah. Der hätte tot sein müssen. Ah. Jetzt aber. Kein Problem. Kein Problem. Wir wuseln hier drinnen erstmal rum. Wir gucken nach neuen Gegnern. Kein Problem. Oh. Genau das ist das Problem. Miss. Ah. Sind nämlich doch noch welche. Endeckung. muss kurz mein Krempel loswerden. Komm ich nicht runter. Kann ich mal hier rumgehen. Aber das geht ja. Ich muss kurz mein Zeug loswerden, wie gesagt. Ich kann noch nicht durch. Hallo. Warum nicht? Ich will doch nur schnell das Zeug hier noch mitnehmen. Das bisschen Metal. Nothing else metals. Hier. Friss. Ich brauche alles, was Nahrung bis Lebenspunkte gibt. Muss ich jetzt essen. Da oben ist noch ein scheiß Schütze. Ich würde mich jetzt daran gewöhnen, dass ich jetzt tauchen gehen muss. Und mir erstmal ganz viel von diesen komischen Algen da holen. Auch noch Gesundheit. Äxte kommen auf jeden Fall weg. Auch noch Gesundheit. Verband geht nach da. Wieder zurück. Fast leer. Das ist gut. Also einen hatten wir jetzt noch gesehen, ne? Oh, scheiße. Die treffe ich denn nicht. Ich sehe mich schon tot. Vielleicht sehe ich ihn auch schon tot. Das war noch nicht der letzte. So wie ich das dem Sound entnehme. Ich bin jetzt mal auf 30 Kilometer getötet, oder was? Irgendwo ist noch wer. Glaub ich halt nur, ob es noch ein Schütze ist. Oder ein Nahkämpfer. Ich gucke hier wieder nicht durch, oder was? Vielleicht war es der. Ah, Würmer, Alter. Wollte ich denn mit Würmern? Ich angel doch gar nicht. Ich bin kein Angler. Jetzt ist halt die Frage, war es das? Mit den Gegnern oder nicht? Das ist eine Waffenkiste. Ja, ja. Mussten sie ja haben. So hardcore, wie die drauf waren hier. Packen wir mal kurz alles klein jetzt hier. Es lebt noch einer. Ich frage es jetzt halt nur, wo. Und was? Für einer. Oha, letzter Schrottcontainer. Da muss ich nochmal wiederkommen, glaube ich. So viel kriege ich nicht mehr mit. Bin ja jetzt schon am Ende. Okay, ich habe heute noch Holz. Stopp. Ausdauerrecken. Erknechten. So. Guck mal. Das ist wichtig. Das war wichtig, wichtig, wichtig. Wann ich mich direkt full heilen? Jetzt kann ich auch übers Fasen gehen. Warum heilen mich den Antibiotika voll? Warte. What the fuck? Er hat mich einfach gekillt. Er hat mich einfach umgekloppt. Hi, diese mit Reis. Wir sehen uns wieder, wenn ich an der Leiche bin. Da sind wir wieder. Hat es der Sack echt geschafft, mich da mit einem Schuss zu killen? Das heißt, Schusswaffen sind jetzt schon mächtig. Das tun wir jetzt nur. Ich habe keine Pfeile mehr. Wo? Wo ist er? Oh Gott, ich habe mich erschrocken. So, wo ist er? Einen hätte er schon gekriegt. Ist doch echt noch ein Schütze da. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Durchgefallen wieder. War doch oben. War doch alles gut. Es wird ziemlich dunkel. Und das ist scheiße schnell. Da ist er drin. Okay. Gesehen. Oh, ist er tot? Ja. Ja. Uff. Hat er aber auch in Headshot gedrückt, ne? Eieieiei. So, jetzt sollte ich das aber geklärt haben. Aber ich habe keinen Platz mehr. Zurück. Kann nichts mehr mitnehmen. Ich brauche mehr Platz. Wenn auch das Boot mehr fassen könnte, ne? Was ich überhaupt nicht verstehe. Dass das weniger Platz hat, wie ich. In meinem Inf. Das ist ja richtig komisch. Na ja, gut, ne? Okay. Steigen. Okay. Schnell weg. Neel weg. Na, war doch wieder eine sehr erfolgreiche Runde hier, ne? Wieder viel geschafft. Behaupte ich jetzt mal so. Die Schreckensburg. Sind wir angegangen. Hat ja auch eigentlich ganz gut funktioniert. Die, jetzt sage ich mal, ne? Jetzt müssen wir mal kurz wieder weglagern gehen hier. Unsere Verkaufssachen auf jeden Fall. So, mumpeln. Habe ich mumpeln? Ne, doch. Ne, ich habe Munition. So. Ja. Die Sachen liegen hier. Versatzteile. Okay, jetzt ist Weihnachten. Ja gut, ich werde das jetzt wegräumen. So, nach und nach. Und. Wer muss denn das Ducktape da? Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gern dran. Würde mich sehr über Likes, Abos und Kommentare freuen. Schaut auch bei dem Nischpadag vorbei. Der immer noch so ein bisschen bei Kik, Twitch und YouTube streamt. Ab und an. Ja. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.